Loreto ist eine Gemeinde mit 12.814 Einwohnern in den Marken, ca. 20 km südöstlich von Ancona in Italien im Vorland des Gran Sasso-Gebirges. Die Nachbargemeinden sind Castel Fidardo, Porto Recanati und Recanati. Wallfahrtsort Nach dem Petersdom in Rom ist Loreto der zweitwichtigste Wallfahrtsort in Italien und einer der wichtigsten der katholischen Welt. Die Basilika vom Heiligen Haus beinhaltet die Santa Casa der Legende nach das Heilige Haus von Nazareth. In dem Maria aufwuchs und die Verkündigung des Herrn empfing, es soll von Engeln nach Loreto getragen worden sein. Der Ort wurde zum Namensgeber zahlreicher kirchlicher Gebäude auch geografischer Gegebenheiten. Zum Beispiel für die Loreto-Berge in Freiburg oder Konstanz. Im deutschen Sprachraum gibt es zahlreiche Loreto-Kapellen, die dem Heiligen Haus von Loreto nachempfunden sind. Zu den Kunstschätzen der Basilika gehören eine schwarze Madonna sowie bedeutende Werke von Melozzo da Forli, Andrea Sansovino und Luca Signorelli. Europäisches Jugendtreffen Papst Benedikt XVI. lud die Jugend im Oktober 2006 während der Generalaudienz zu einem Treffen mit dem Papst am 1. und 2. September 2007 in den italienischen Marienwallfahrtsort anlässlich der Agora der italienischen Jugendlichen ein. Das Treffen wurde von der italienischen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit dem Päpstlichen Rat für die Laien veranstaltet. Es waren mehr als 400.000 Jugendliche aus ganz Europa gekommen. Bei dem Treffen rief der Papst nachdrücklich zum Umwelt- und Klimaschutz auf. Loreto 2007 galt als Start für den 23. Weltjugendtag in Sydney, der im Sommer 2008 stattfand. Politik, Bürgermeister der Stadt ist Paolo Nicoletti. In der Zusammenarbeit Schreins of Europe ist Loreto seit 1996 mit fünf anderen Marienwallfahrtsorten verbunden. Diese sind Söhne und Töchter der Stadt. Vittorio Duse, Schauspieler und Filmregisseur.